Herzlich willkommen zur siebten und vorerst letzten Folge der dritten Staffel des Podcasts Menschen erzählen. Wir haben ja schon relativ viel gehört über Sata-Friesisch. Ich bin im Gespräch mit Henk Wolf, unserem Seeltask-Beauftragten. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Sprache auch auf der europäischen Ebene ein wichtiges Thema ist. Und vielleicht kennen das viele, die studieren wollen oder die eine Sprache gelernt haben. Es gibt manchmal so Abschlüsse, die heißen A1 oder C2. Das hat etwas damit zu tun mit dem europäischen Referenzrahmen für Sprachen. Was hat es denn damit auf sich zu tun und wie passt da das Sata-Friesische hinein? Ja, also der Begriff gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen ist wahrscheinlich nicht allen bekannt. Das kann man am besten so erklären. Man macht einen Sprachkurs oder eine sprachliche Ausbildung und nachher sagt man, ich beherrsche die Sprache. Aber was heißt denn eigentlich Sprachbeherrschung? Da gibt es immer Abstufungen und man hat versucht, europaweit da sechs Niveaus zu definieren, die andeuten, wie gut man diese Sprache dann eigentlich beherrscht. Die niedrigste Stufe ist A1, dann A2, B2, C1 und dann die höchste Stufe ist C2. Und daneben gibt es fünf Fähigkeiten. Man kann zum Beispiel eine Sprache ganz gut verstehen können, aber das bedeutet noch nicht unbedingt, dass man sie auch gut spricht oder gut schreiben kann. Also man kann beim Gespräch führen, beim Alleinesprechen, beim Verstehen, beim Schreiben und beim Lesen kann man jeder dieser sechs Niveaus erreicht haben. Ah, interessant. Ja, stimmt. Ich habe mal einen Niederländischkurs gemacht. Da stand dann auch, welcher Buchstabe das war. Ich weiß es gerade nicht mehr, aber es muss sowas wie A1 gewesen sein. Genau, und da kann man das dann definieren. Dann kann man sicherlich, oder ich konnte dann zumindest schnell feststellen, welchen Folgekurs ich nehmen soll, um weiterzulernen. Und so ist es beim SATA-Friesischen. Seid ihr da auch schon so weit? Ja, da stoßen wir sofort auf ein Problem, denn dieser europäische Referenzrahmen ist wieder für Kultursprachen gedacht. Zum Beispiel, wenn man die Niveaus A1 und A2 beim Lesen hat, da wird da gesagt, ja, dann kann man Sachen machen wie eine Menükarte im Restaurant lesen, eine Speisekarte. Oder man kann eine Ansichtskarte schreiben, solche Sachen. Und Sprachkurse zielen auch darauf ab, dass man letztendlich diese Sachen realisieren kann. Nur, das ist nur für Kultursprachen, für Landessprachen relevant, denn es gibt keine Speisekarten auf SATA-Friesisch. Ah, ich verstehe, ich verstehe, natürlich. Ja, den Sprachkurs, Niederländisch mein Beispiel, habe ich ja gemacht, um mich da verständigen zu können. Und als Tourist ist so eine der ersten Sachen, die man macht, man geht ins Restaurant und isst was. Genau. Und die SATA-Friesen wollen ja damit leben im Alltag. Das heißt, die haben ganz andere Anforderungen an die Sprache und müssen auch ganz andere Worte quasi lernen. Genau. Und da muss man ganz anders drangehen. Man kann da auch nicht einfach ein Lehrbuch fürs Englische nehmen und das in SATA-Friesische übersetzen. Und da muss man eigentlich einen eigenen Referenzrahmen für Minderheitensprachen schaffen. Seid ihr da die Ersten? Oder ist sowas wie Sorbisch oder die Dänen, die Nämischen, na gut, Dänisch lernt man noch, aber Sorbisch, sind die da auch schon drauf gekommen? Oder Romanesk? Die sprechen auch mehr. Ja, also... Ja, nee, Romanesk nicht. Da werden ganz andere Diskussionen geführt. Aber auch bei den Sorben sieht man das zum Beispiel. Also alle Sprecher von Minderheitensprachen ringen mit dieser Sache. Und zum großen Glück hatte ich jahrelang einen Nachbarn in Neuwarden, als ich damals da gewohnt habe, der sich beruflich mit solchen Sachen auseinandersetzt. Und auch wo wir jetzt längst keine Nachbarn mehr sind, besuchen wir uns noch immer gegenseitig ganz oft. Und zu seinen beruflichen Aufgaben gehörte es auch, einen Referenzrahmen für das Friesische zu schreiben. Ah, na, das ist ja mal ein Zufall. Das ist ein Zufall, ein sehr glücklicher Zufall. Das ist ein guter Freund von mir geworden. Und wir tauschen uns viel über solche Sachen aus. Und dieser Referenzrahmen für das Friesische wurde auch wissenschaftlich geprüft. Auf eine ganz andere Art und Weise als der Referenzrahmen für die großen Sprachen. Und den haben wir jetzt für Sata-Friesische angepasst. Für das A2-Niveau beim Sprechen, Verstehen und Lesen. Und auch für unsere Sprachkurse im Sata-Land, unsere Sata-Friesische Kurse eingesetzt. Mir fällt gerade auf, man muss dann ja auch die ganzen Lehrmaterialien erstellen. Also ein Schulbuch, ganz einfach. Oder ein Lehrbuch. Muss man, ja, muss man. Und das ist nicht einfach. Denn man muss da ganz oft bei Null anfangen. Ja, ja, ja. Und normalerweise lernt man dann eben sowas wie Menükarte lesen, Farben, Kleidungsstücke. Also ganz viele Vokabeln erstmal, Worte. Genau. Und dann Grammatik eben auch. Wie heißt das? Konjugieren. Also wenn ich die Werben, wie ich die weiterverwende, wenn andere Personen betroffen sind. Und muss ich sagen, dass die meisten modernen Methoden da inzwischen ein bisschen von abgekommen sind. Also einfach viele Vokabeln zu lernen. Die sind heute vielfach ein bisschen kommunikativer ausgerichtet. Damit man auch schon sehr schnell sich einfach mit anderen Menschen unterhalten kann. Sehr schön, ja. Das habe ich in dem Niederländisch-Kurs gemerkt. Ach, das ist gut. Beim Sata-Friesischen macht ihr das ja jetzt quasi neu, diesen Referenzrahmen, um zu gucken, wie macht man das. Wie geht ihr denn dann mit den Dialekten um? Die vier Dialekte, die du vorhin erwähnt hast. Oder überhaupt, es ist ja, manchmal klingt das wie so ein Gemeinschaftsprojekt, dass das ganze Sata-Land daran arbeitet und dich so ein bisschen vorschiebt. Aber wie einigt man sich denn dann? Oder ja, wie macht ihr das? Ja, das ist tatsächlich nicht einfach. Also ich habe es in einer vorigen Folge schon erwähnt. Wenn man eine Dialektform nimmt, dann klagen sofort die Sprecher der anderen Dialekte. Aber in der geschriebenen Sprache ist es schon ein bisschen einfacher. Da hat man sich schon länger darauf geeinigt, die Mundart von Ramsloh zu schreiben. Die Mundart von Ramsloh? Ja, also von dem größten Dorf ist quasi die Schriftsprache. Okay. Und da gibt es natürlich immer noch die Diskussion, wie schreibt man dann genau? Denn die unterschiedlichen Wörterbücher machen es alle gerade wieder ein bisschen anders. Okay. Die Schulen machen es wieder ein kleines bisschen anders als die Wörterbücher. Und alle haben ganz gute Gründe für die eigene Entscheidung. Aber eine Einheit ist dadurch noch nicht entstanden. Das ist in der Praxis auch kein allzu großes Problem, denn Sata-Fritisch funktioniert noch kaum als Schriftsprache. Aber beim Nachschlagen kann es natürlich ein bisschen ein Problem sein, wenn man zum Beispiel im Lernbuch ein W steht und im Wörterbuch ein V verwendet wird. Ja, vor allem das dann zu finden. Ja, genau. Das sucht man umsonst, während das Worten doch drinsteht. Das ist sicherlich so ein Problem, was so in die Zukunft weist. Also wenn man davon ausgeht, dass jetzt diese fehlende Generation ist jetzt da, aber dann die jungen Leute lernen die Sprache neu und brauchen eine Einheitlichkeit, um sie lernen zu können. Also muss man das irgendwann mal festlegen, nehme ich an. Ja, und da gibt es keine Sprachpolizei. Also festlegen und auflegen, das geht eigentlich nicht. Aber wir sehen schon, dass die Schulen in der Gemeinde sich auf eine Rechtschreibung geeinigt haben. Das ist schon wichtig. Und ich glaube, die ist der Rechtschreibung vom Wörterbuch von Maren Ford sehr ähnlich. Die sind nicht identisch, aber die Unterschiede sind relativ klein. Ich glaube, da könnte man in Zukunft auch mal versuchen, das Wörterbuch von Maren Ford ein bisschen zu bearbeiten. Die ganzen neuen Wörter, die wir jetzt entwickeln, erfinden, wiederentdecken und so weiter und so fort, da einzufügen. Vielleicht auch die Wörterbuch von Piet Kramer nochmal zu nehmen und zu schauen, was steht noch nicht bei Ford drin? Was hat Kramer und was können wir davon noch einfügen? Und dann in Zukunft vielleicht in ein paar Jahren mal ein neues Wörterbuch in einer Rechtschreibung herauszubringen. Und das soll dann auch die Rechtschreibung sein, die in den Schulen verwendet wird. Ja, das klingt nach einem sinnvollen Vorhaben. Du hast ja auch noch einiges vor und wir hoffen, du bleibst es noch sehr lange erhalten, um das Ganze weiterzuführen. Wie siehst du denn die Zukunft des Sata-Friesischen? Auch das ist eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird. Und das ist eine Frage, bei der die Antwort von der Politik abhängt. Das ist wie bei dem Klima, da kann man nicht so sagen, ich erwarte dies oder das. Das hängt von politischen Entscheidungen ab. Also wenn der Erhalt und die Förderungen, der Ausbau und die Emanzipation der Sprache, der Politik wichtig sind, dann kann man Großes erreichen. Das haben wir in anderen europäischen Regionen gesehen. Dann könnte der Tag kommen, wo es normal wäre, dass der Bürgermeister eine Rede auf Sata-Friesisch hält und das alle ihn verstehen. Aber so weit sind wir noch nicht. Interessant, dass in dem Fall politische Entscheidungen auf höheren Ebenen wichtig sind und es nicht ausreicht, dass das ganze Sata-Friesisch spricht und es ihren Kindern beibringt, sondern dass da noch ein bisschen mehr dran hängt. Ja, und die müssen natürlich auch einen guten Grund haben, mit den Kindern wieder Sata-Friesisch zu sprechen oder sich weiterzuentwickeln, wenn sie die Grundlage in der Schule erlernt haben. Also wenn es niemand spricht, ja, dann haben die keinen Grund, die Sprache weiterzuentwickeln. Wenn sie hören, dass der Bürgermeister spricht oder wenn es im Fernsehen gesprochen wird oder wenn es Filme auf Sata-Friesisch gibt, ja, dann wird es auf einmal interessant. Das ist nochmal eine ganz andere Motivation, das stimmt. So ist es. Gut, da arbeitest du, da arbeiten wir als Oldenburgische Landschaft dran. Wir werden auf jeden Fall noch viel davon hören. Wir werden noch von dir hören, wir werden Sata-Friesisch hören. Hier hören wir jetzt erstmal nicht weiter. Der Podcast ist zu Ende. Okay, das war eine etwas holprige Überleitung. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir diese dritte Staffel gemacht haben, die sich nur mit dem Sata-Friesischen beschäftigt hat und trotzdem die ganze Welt im Blick hatte, bis hin zum Individuum, das seine Identität formt. Wir haben einen großen Bogen geschlagen, finde ich. Das waren tolle Gespräche. Ich danke dir für deinen Beitrag. Ja, schön, hier sein zu dürfen. Und dann sind wir gespannt, wie es weitergeht. Tschüss. 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 Vielen Dank.